Oh, mir ist so langweilig. Hast du nicht eine Idee, was wir machen können? Nein, ich habe auch keine Ahnung. Ja, hey Freunde, was schaut ihr denn heute so unmotiviert? Ich hätte eine Idee, was wir machen können. Lasst uns doch alle zusammen zum Kinder- und Jugendbeirat gehen. Wenn du dich für Medien interessierst, egal ob für Spiele, Handy, Filme machen, dann bist du bei dem Kinder- und Jugendbeirat der Cross-Media-Tour genau richtig. Bei Interesse und zum Mitwirken fragt das Internet unter www.crossmediatur.de Tschüss! www.crossmediatur.de www.crossmediatur.de